Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnte die jährliche internationale Wartfahrt des Malteser Ordens zum Eilichtum von Lourdes das zweite Jahr in Folge nicht stattfinden. In geistiger Verbindung mit unserer liebe Frau von Lourdes wurde am Sonntag, dem 2. Mai, in den Vatikanischen Gärten eine heilige März für die anliegenden Kranken, Mitglieder und Freiwilligen des Malteser Ordens in aller Welt gefeiert. Kardinal Silvano Maria Tommasi, der Sonderbeauftragte des Papstes für den Malteser Orden, leitete die Oscharichs die Feier in der Lourdes Corte in den Vatikanischen Gärten. Am Wesen waren der Stadthalter des Großmeisters Framaco Luzago, die Mitglieder des Souveränen Rates, die Leiter des Malteser Ordens in Italien und etwa 100 Pilger. Wir folgen der guten Tradition des Malteser Ordens, der seine Aufmerksamkeit, aber vor allem seinen Dienst auf die Kranken und Bedürftigen richtet. Wegen dieser Tradition sind wir hier für unsere lieben Frau von Lourdes auf dieser ganz besonderen Pilgerfahrt, sagte Kardinal Tommasi in einer von Ärzten kommenden Predigt. Überall auf der Welt haben die Großpurate und nationalen Assoziationen des Malteser Ordens viele Initiativen ergriffen, um zu kompensieren, dass es unmöglich ist, physisch in Lourdes zu sein, einschließlich virtuelle Pilgerfahrten, Gebetsinitiativen und Walfahrten zu örtlichen Eiligtümen. Am besonderer Tag, der alle Teilnehmer an die Bedeutung des Walfahrts für den Malteser Orden erinnerte, an das Mitgefühl und die Zuneigung, welche die Mission des Ordens auf seinem Weg der Treue zu Christus und seiner Kirche leiten. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020